Hast du mich gerade gesiezt? Darf ich das nicht? Nein. Bloß nicht. Ich bin erst 21. Ja, ich zieh sie jetzt. Ich bin noch zu jung, um alt zu sein und zu alt, um jung zu sein. Aber ich denke, ich bin ja nicht zu alt, mein Liebes. Das ist auch irgendwie ein bisschen kacke. Also, ja. Genau so, 21, das ist so ein alter, also... Du bist wie Beyonce. Schwarz und weiß. Bin ich Beyonce sein. Wieso, was denn? Wir waren Flyer. Was denn? Hä? He's really good money and I'm a fool of a British people. What? I can't do how clear you are. So close. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Was ist Alper. Thomas? Wahrscheinlich eine Frau zu mir. Ich meine... 10.30 Uhr und sie errägt. Das ergibt keinen Sinn. Sie sehen den Wilhelm Leuchnerplatz. Damit man das Motiv am Ende auch erkennt. Denkst du, das funktioniert mit dem Besen? Ja, mit genug Kraft geht alles. Mit genug Kraft kann ich auch eine EU-Abgeordnete umhauen. Du weißt schon, dass das ein Spaß war, oder? Äh, ja. Vielleicht. Ehrlich ist es gerade ein bisschen frustrierend hier alles. Vor allem die Inkompetenz unserer Politik, da kann ich gerade ein bisschen... Ja, ich würde auch gerne ein paar CDU-Politiker umhauen. Das will ich jetzt nicht öffentlich gesagt haben. Ja. Die EU einfach nur noch frustriert heutzutage. Und ich meine, wir haben Petitionen mit fast 5 Millionen Unterschriften abgegeben. Es wird null reagiert. Es werden die Interessen von Konzernen über alles gestellt. Ja, das ist ein Lobbyismus, also... Wenn ich mir überlege, dass wir in Rumänien jetzt sogar schon die Gesetze gegen Korruption runtergesetzt haben. Nur damit einige Politiker nicht in den Knast kommen. Die haben gestern heute schon geguckt, oder was? Nicht nur. Die hat auch was zur Artikel 13 gebracht, was sehr gut ist. Ich bin kein Fernsehkind. Ich habe seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ich gucke gerne Fernsehen, also das ist... Also bin ich... Ich mache beides gerne. Ich gucke Fernsehen, ich gucke YouTube. Also ich bin alt von meinen Medien. Okay, als YouTuber im Fernsehen schaust du... Hi. Hi. Der hat eine Kamera, eine richtig große. Ich habe nur so einen scheiß Camp-Corner. Ich brauche keine normalen Medien mehr. Wir reden gerade ein bisschen über Artikel 13. Oder beziehungsweise über Europapolitik. Okay. Jetzt wird von ihm gefilmt. Fangen wir mit dem Isstbären an, oder fängst du um? Also fängst du um an und dich um, oder bist du... Nö, also ich kann ja nicht... Okay, dann... Jetzt wird zurückgefilmt. Inception. Ich weiß nicht mehr was. Haben wir braun? Braun haben wir nicht. Hier wird nicht ein braun gemalt. Das wird... Bunt statt braun. Bunt statt braun. Das ist ein schaustes Flasch. Das ist ein schaustes Flasch. Ich bin ein schaustes Flasch. Fleisch! Fleisch! Bist du Brot mit... Alles wird was hat gemacht. Wir haben nichts. Das ist heute bei der Hunde gekommen. Was für Samme? Mit Schinken oder so. Im Backwerk oben daß. Wo ist der Tippel? Der war so abgerissen. Ja, gut stimmt. Lecker Mampfen. Deiner Partei. Nein, das war kein... Was machst du? Mir Mühe machen. Sehr gut. Wo steht der Jorik? Mit der Jorik hier geschrieben. Ich hab den einfach mal angekriegt. Er hat gefragt, reichen 500? Pssst. Was ist das vom... Tomaten... Kajutsu? Hi. Hi. Ich werde jetzt mal ein bisschen Flyer verteilen gehen. Ich nehme hier mal ein bisschen raus. Nicht so viele. Die werde ich nicht los. Nur ein paar. Save the Internet. Save the war Internet. Die neuen, die habe ich noch gar nicht. Da werde ich mehr welche mitnehmen. Die werde ich nett verteilen. Dann gehe ich jetzt mal hier. Gehe ich verteilen. Das war ja gut. Nehm. Ich hab schon. Nehm. Warum? Ja. Ich versuche jetzt Leute zu finden, die das hier nehmen. Nehmt. 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 Leier. Eine Ewigkeit später. Nehmt. 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 Dir wird schon aufgeräumt. Mir wird schon aufgebaut. Ja. Alles klar. Die werde ich nachher noch in der Stadt verteilen. In der Stadt. Safety Internet, joa. Das ist eine gute Antwort oder eine ehrliche Antwort? Beide. Ich hatte eigentlich einfach nur keine Ahnung, was ich sonst heute machen sollte. Ich habe so davon bekommen und dachte, okay, irgendwas mit Kungs, irgendwas mit FFF, irgendwas mit der Dings Internet. Da dachte ich mir, okay, klingt ganz cool, mal schauen, was es ist. Und dann habe ich mein schönes Zeichentalent hier ausgelegt. Und jetzt wird es wieder weggemacht. Es war trotzdem schön, hier zu sein, ne? Ja. In dem Sinne deutlich nach uns, ob es euch gefallen haben lassen. Und man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, schau, schau. Jetzt wird die Erde ausradiert. Ohne Erde. Er radiert die Erde aus. Es laufen 8 Millionen Menschen. Die Hälfte davon hat kein Internet. Wie soll ich mir denn meine Babi-Küpfel-Shoppe stellen? Was gibt es 8 Millionen Menschen? 18 Millionen. Echt? 8 Milliarden. 7 Milliarden und 2,3 Milliarden. 7,5 Millionen. Im Englischen heißt es 8 Billions, weil die keine Milliarden haben, okay? Ich mache so. Im Deutschen hören wir nicht. Ja, ich kann aber kein Deutsch. Noch was Gehaltvolles für das YouTube-Video beigefügt. Ja. Das kommt nicht auf YouTube wahrscheinlich. Doch, Twitter. Das kommt garantiert auf YouTube. Ach, das von dir? Ja, ich filme das hier für YouTube. War doch mal ein ganz verrücktes, ziemlich ulkiges Video. Ja. Mal schauen. Selfie-Time. Hehe, Hehe, He, He! Vielen Dank.